Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich Schokoladenbrot und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Schokoladenbrot ist eine super Alternative für Weihnachtsplätzchen. Dafür brauchst du 250 Gramm Butter, dann 250 Gramm Kuvertüre oder so Schokolade halt. Die habe ich schon fein geraspelt. Dann 250 Gramm Haselnüsse gemahlen, 6 Eier, 200 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl und eine Prise Salz. Als erstes nehme ich mir die Eier und schlage die in meine Schüssel rein. So, wenn ich die Eier aufgeschlagen habe, stelle ich die zur Seite. Dann nehme ich mir die Butter, gebe die in meine Rührschüssel rein. Dann mache ich den Zucker dazu und schlage die Butter und den Zucker schaumig. Wenn ich das Ganze schön schaumig geschlagen habe, dann gebe ich hier nach und nach die Eier dazu. So sieht die Masse aus, wenn die Eier eingearbeitet sind. Hier gebe ich jetzt das Mehl und die Prise Salz und die gemahlenen Haselnüsse dazu. Und rühre das Ganze ebenfalls wieder unter. Und ganz zum Schluss gebe ich meine geraspelte Schokolade dazu und rühre die ebenfalls unter. Und so sieht die fertige Masse dann aus. Wenn ich die Masse fertig habe, dann nehme ich mir ein Backblech, mache hier ein Backpapier drauf. Ich habe hier natürlich wieder ein bisschen Trennspray drunter gemacht, dann hält das Ganze besser. Hier gebe ich jetzt einfach meine Masse drauf. Verteile die Masse dann gleichmäßig auf dem Blech. Hierfür am besten eine Palette nehmen. So sieht es dann aus, wenn ich das gleichmäßig auf dem Blech verteilt habe. Und so gebe ich das jetzt bei 170 Grad auf den Sheriff. Ich schätze mal für 20 bis 25 Minuten. Das Schokoladenbrot ist jetzt ca. 30 Minuten auf dem Sheriff. Ich nehme das Ganze jetzt runter. Das müsste auf jeden Fall gut sein. Ja. Das ist eventuell schon ein bisschen zu lange drauf. So sieht das Ganze jetzt aus. Das lasse ich jetzt auskühlen. Und in der Zeit schmeiße ich mir so ca. 200 Gramm Kuvertüre oder Schokoglasur, die ich nachher da drauf gebe. So, die Masse ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich stürze jetzt aus dem Blech hier raus. Dann nehme ich mir die Schokolade, die ich aufgelöst habe. Und verteile die auf dem Schokoladenbrot. Wenn ich die Schokolade auf dem Schokoladenbrot verteilt habe, dann warte ich jetzt wieder, bis das Ganze erkaltet ist. Und dann schneide ich mir da Stücke raus. Und dann probiere ich auch mal ein Stück. So, wenn die Schokolade dann ein bisschen angezogen ist, dann mache ich als erstes den Rand weg. Dann habe ich hier ein Zähler, auf dem ich immer wieder mein Messer abputzen muss. Weil sonst habe ich bei den Schnittkanten immer so Brösel. Und das sieht einfach unschön aus. Und das möchte ich nicht. Jetzt schneide ich mir aus dem Stück hier Rechtecke raus. In unterschiedlichen Varianten. Also ich mache so größere und dann so kleinere, die man quasi als Happen dann nimmt. Und so kann das Ganze dann am Ende aussehen. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar kleinere und ein paar größere gemacht. Aber ich probiere jetzt hier mal ein, zwei. Also ich finde es Hammer. Es schmeckt super gut. Und es war und ist auch immer noch eins meiner Lieblingsweihnachtsplätzchen. Die sind schön saftig. Die kann man auch eine Weile aufheben. Das ist das Gute mit diesen Haselnüssen. Die geben dem Ganzen eine Saftigkeit und eine Luftigkeit. Man hat einen leichten Crunch durch die Schokolade und auch durch die Schokostückchen, die drin sind. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.